Hi, heute wieder Askaya beim Videodreh aus unserem kleinen Filmstudio. Setz dich mal hin. So würde ich hinsetzen. Lass es so leicht um das Becken drüber gehen. Was ist jetzt dein Gesicht? Wo meinst du? Geh mal, dass du so leicht um das Becken so, dass du das Gesicht siehst. Damit ist er von Ihnen sicher, dass du so leicht um das Becken drüber gehen Auto Unfall aomie des Becken drü statees der Regisse. In dem Moment kriege ich mich baptized vor. invaluable